Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim, in der Unstable Branch Version immer noch. So, was steht denn... Oh, Leute, da ist ein Geschenk. Guckt mal. Ja, schön, super, mein erstes Geschenk. Oh, toll. Gut, ähm, da ist auch eins. Ach, herrlich. Ach, schön. Ja, so muss es sein. Die Fanny kriegt Geschenke. Okay, ähm, da ist auch eins. Ich muss es kontrollieren, ne? Ja. Gut, heute, meine Lieben, würde ich ganz gerne die Bäume an den Feldern absägen wollen. Jetzt fällt mir aber gerade ein, ich habe nicht ein Auto, was, ähm, was zur Verfügung steht. Äh, dann würde ich vorher, dann würde ich vorher tatsächlich mit meinem Tankwagen unten, welches ich ja noch an meiner, ähm, an meinem Autohaus habe. Das Auto steht auch nicht mehr da, wo es eigentlich ursprünglich stand. Das muss ich auch unbedingt mal leer räumen, ne? Ähm, ja, sollte ich auf jeden Fall erstmal nochmal volltanken. Fahren, bevor, ähm, ich das Holz dann abzähge. Mal gucken. Hm, okay. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Gut. Dann mal los. Wir laufen jetzt dahin, wie ihr seht. Zur Tanke geht's da lang, ne? Ja, ich glaube, da, da lang ging es. Hallo, Herr Nachbar. So, wie viel habe ich jetzt nochmal drin? Ja, komm, wir, 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 wir fahren tanken, Leute. Besser ist. Das muss ich erstmal anmachen, dann wieder ankoppeln, ne? Genau. Sehr gut. So, dann fahren wir jetzt einmal los. Wartet mal kurz. Ja, 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 alles gut, alles gut. So, wartet mal, ich werde mal die Ansicht wechseln. Hoppala. Uah, und schon fahre ich wieder irgendwie... Moment. Was ist denn mit der Maus jetzt los hier? Warum ist die Ansicht hier so blöd? Ach, egal. Ich bin irgendwie nicht mittig. So, Reh, geh mal weg. Hirsch. Hush, hush. Wartet mal, irgendwie... ...ist das... Moment. Nicht richtig ausgerichtet, ha? Na gut. Wird schon, wird schon klappen. Die Tanke ist ja Gott sei Dank schon da. Aber hier wurde nichts verändert, ne? Ne. So. Bisschen einpacken. Wow. So. Naja, könnte besser sein. So, die Tank ist immer noch geschlossen und immer noch leer, ja. Gut, gut. So. Wollen wir das auch gleich auffüllen? Bist du... Ne, du bist nicht voll, oder? Ah, okay, alles klar. Ach, ja. So, einmal tanken. Hebe auf. Äh, das, das... Einen Moment. Wartet, wartet, wartet. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen weiter vorfahren. Eigentlich könnte ich auch gleich mein Auto nochmal auftanken, ha? Wartet mal, ich, ich komme jetzt hier irgendwie nicht durch. So. Ähm. So. Ja, dann, dann tanke ich auch noch gleich mein Auto auf. Dann haben wir alles, haben wir alles schön aufgefüllt hier. Danger. Hat jemand Lust zu rauchen? Hm. Ich frage nur, ne? Ich frage nur für einen Freund. Wo die wohl hin verreisen wollen? Hm. 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 Der sieht hier aus wie so ein Geldtransporter. Die ruckeln hier ganz schön, ha? Ja, die Straße ist auch nicht gut gepflastert. So, nun mach mal hinne hier. Das dauert zu lange. Okay. So. Nun mach hinne hier. Ich hab nicht ewig Zeit. Oh, ich wurde fast überfahren. Oh, voll, voll, voll. Okay, super, super, super. So. Dann versuche ich nochmal mein Auto zu tanken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit weg. Nein, das hat funktioniert. Sehr schön. Oh. Das war's schon. Das war's schon. Na gut. Okay. So. Hier ist ja Selbstbedienung, ne? So, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Oh, 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 oh. Entschuldigung. 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 So, okay. Oh, mein. Jetzt hab ich irgendwie so das Gefühl, dass ich schneller fahre dadurch. Jetzt bin ich voll, jetzt fahre ich schneller. Wow, 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 wow. Nicht so schnell fahren, du musst hier rein. So. Hoppala. So. Jetzt ist die Frage, wo stelle ich meinen Tankwagen wieder hin? Eigentlich ist es egal, weil meine Ranch sieht gerade aus wie, wie, wie beim Hempelz unter dem Sofa. Wie bei den Flodders. Ich stelle ihn einfach hier mit hin. So. Achso. Abkoppeln. So, okay. So, super. Dann kann ich jetzt wunderbar den Motor starten. Ähm. Achso. Ja, okay, wartet. Wartet. Ich mach das anders. Moment. Weil den brauch ich jetzt nicht. Stelle ich mal hier jetzt erst mal mit hin. Wie gesagt, ich muss sowieso irgendwann aufräumen, ne? Leider ist das so. Wow, fahr doch nicht so schnell, Fanny. Ähm. Warum fährst du denn so schnell? Naja, ist ihr eigenes Hab und Gut hier. Hier kann sie fahren, wie sie will. So. Okay, ähm. Was ist die Frage? Erst mal gucken. Ja, gut, wartet mal. Wartet, wartet, wartet. Dann machen wir das anders. So, erst mal hier hin. So. Pass mal auf. Jetzt werden wir erst mal das Holz hier abladen. Äh, nicht abladen, sondern aufladen. Du stehst wieder irgendwie doof, ne, Fanny? Kann das sein? Ach, egal. So. Dann machen wir hier jetzt das schön... Schön schief, wie du es gut kannst. Ha, ha, ha. So. Na. Komm schon. Dann hier noch rauf. Jetzt bin ich wieder zu nah dran, ne? Dann da noch rauf. So, den anderen kriege ich jetzt wieder nicht daneben. Das weiß ich, weil... Guckt mal, ich bin schief, ne? Das wird nicht funktionieren. Aber ist jetzt nicht schlimm. So. Ähm. So, wartet, wartet, wartet. Ja, es ist... Muss jetzt leider alles weichen, ne? Das ist leider so. Okay, das hat jetzt nur drei Stämme gegeben. So. Wenn ich jetzt wüsste, ob es nicht irgendwann noch Malfelder gibt oder sowas, man traut sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, so wirklich irgendwo was zu bauen, oder? Weil mit jedem Update kann sich das alles wieder verändern. So wie mit den Silos zum Beispiel, dass ich jetzt an den Silos nicht mehr so gut rankomme, wenn ich das mit meinem Drescher abtanken würde. Deshalb muss ich das dann alles wieder neu machen. Ähm. Naja, komm. Wir zersägen jetzt hier alles. So, du gibst mir auch einen Stamm. Perfekto. Zudem machen wir auch weg. Ui. Eigene Achse gedreht. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. So, okay. Ach ja. So, dann... Du weg. Du weg. Die Armbäume. Die Armbäume. Äh, äh, ich rede heute wieder im Blödsinn. Die Armbäume. Okay. So. Aber die müsse weichen, damit man hier besser hankieren kann. Mit meinen großen Grätschaften, ne? Ich sehe nichts. Da war's. Hier ist es. So. Wartet, wartet. Ja, ja, ihr müsst auch leider alle weichen. So, dann hier nochmal. So. Oh, das ist ein riesiger Baum. Aber du musst auch weg. Genau. Du musst weg. Du gehst weg. So. Oh Mann. Manche Bäume, die verhalten sich komisch. Du gehst weg. Erstmal einen Überblick verschaffen, ja? So. Eigentlich müsste das so jetzt reichen. Ja, komm, vielleicht du noch einen hier. So. Komm, die mach ich auch mal weg. Diese kleinen Furzebäume, die kommen auch weg. Oh, oh. Was machst du? Eine eigene Drehung. Okay. Also, den würde ich ganz gerne stehen lassen. Aber ich glaube, der wird mir auch zum Verhängnis. Irgendwann. Jetzt wollte ich mal gucken. Ja, wobei, komm. Den fälle ich auch noch. So. Dann hole ich mal kurz meine kleine Knutschkugel. So. Dann mal los. Warum. Ähm. Und lade ich doch mal auf. Danke. Okay. Okay. Haha. So. Ähm. Wartet. Oh nein, ich muss niesen. Na, sag mal. Na, es will nicht. Es will nicht. Oh Gott. Oh, ist das übel. Wenn die Nase kribbelt und man muss es doch nicht tun. Na, komm schon. Da warst du gerade, oder? Ja. Da warst du. Da. Luh. Rauf da. So. Äh. Komm. Ja, ist ja gut. Schaffe ich noch eine Reihe? Wartet. Jetzt komme ich nicht rauf, ne? Äh. Komm rauf. Ja, sehr gut. So. Okay, sehr gut. Sag jetzt so, sehr gut. Je mehr ich kriege, desto besser. Dann brauche ich nicht so oft fahren. Okay, der Sprung. Das war nicht so gut. So. Na. Nimmst du? Danke. Okay. Ah, die Ansicht hat aber trotzdem geklappt. Wunderbar. So. Mal gucken. Ja, perfekto. Was für ein Auto. So. Man kriegt so viel drauf. So. Na, einmal das da. Und wenn man bedenkt, ich... Opa la, das ist jetzt nur ein Feld. Dann kommt wieder eine ganze Menge Holz zusammen, ne? Ich habe ja noch zwei Felder, die ich befreien muss mit, 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 mit Bäumen. So. Hoppala. Ups. Geh. Geh doch mal rauf. Ja, super. Wartet. Also hier macht das. Seltsamerweise. So, habe ich jetzt hier noch irgendwie einen Holzstamm übersehen? Ach, das sind Steine. Ich habe mich jetzt schon gewundert. Was ist das denn? So, mal gucken, ob ich jetzt noch ein Holz aufkriege oder so. Aber ich vermute mal eher nicht. Ich glaube, das war es jetzt. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. So. Ich lagere das jetzt erstmal ein in mein Regal, ne? In meiner Werkstatt dort. Wartet. Ich muss da erstmal wieder hinfinden. So. Ach, schön, oder? Ich finde das toll. So viel Holz. So. Okay. Okay, dann. Lade das jetzt mal wieder ab. Genau. Oh, das ist schon voll. Alles klärchen, alles klärchen. Ach, so wartet mal. Ich muss wieder raufspringen, ne? So. Dann mache ich das erstmal hier alles rein. So. Okay. Das hat geklappt. Wunderbar. Mit einem Jahr schwindel ich. Ja, und dann muss ich mich in den nächsten Tagen auch mal um meine Tiere kümmern, dass ich die auf jeden Fall wieder ein bisschen schlachte und so. Und ich muss Holz sägen. Ach, ich muss so viel machen. Warum gehst du nicht? So. Aber, das schafft man natürlich alles nicht in dieser Folge. Und dann habt ihr mir natürlich auch ganz, ganz viele Kommentare geschrieben. Ich habe die immer noch nicht beantwortet. Ich habe die immer noch nicht beantwortet. I'm so sorry. Aber, ähm, ja, ich bin mittlerweile so weit weg geschickt worden in Sachen Einrichtung, dass ich einen sehr weit nach Hause Weg habe. Und, ähm, ich bin einfach, ich bin einfach fertig, wenn ich ankomme, ne? Ich schaffe es noch nicht mal irgendwie noch was zu trinken oder irgendwas. Ich schlafe sofort ein. Ja, ist leider so momentan. Ähm, aber ich gebe mir Mühe. Aber, ich, es ist absolut der Hammer, was ihr mir da so manchmal schreibt. Ähm, stellenweise muss man so viel drüber lachen. Ah, ich finde das cool. Ich finde das richtig gut. Ich finde es auch cool, dass ihr eure Meinung so zu dem Spiel auch schreibt, ne? Dass ihr das halt, ähm, auf das Update nicht wartet oder wie auch immer. Ähm, ihr das nicht so toll findet oder auch richtig gut findet. Ähm, manche warten halt noch, ähm, das zu spielen. Also, die machen es halt nicht in dieser Vorversion, sondern erst dann, wenn das Update da ist. Und so weiter und so fort. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Okay. Und ich bedanke mich natürlich sehr dafür, ne? Ja, dass ihr das hier alles mit mir aushaltet. Ja. Aber irgendwann wird die Ranch richtig schön sein. Hundertprozentig. Ja, auch wenn es noch ganz, ganz lange dauern wird. Aber irgendwann wird es so sein. So. Dann werde ich den jetzt hier erstmal wieder hinparken. Denn die Folge ist wieder vorbei, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und, ähm, ja. Ich werde gucken, dass ich das irgendwie offscreen noch hinbekomme. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal die Felder wieder neu, ähm, ansehen, beziehungsweise grobern und so weiter, ne? Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch ein Fett gegrubbert. Das könnte ich theoretisch dann gleich ansehen. Ich weiß, ich habe hier noch Reste in meinem Drescher drinne. Ich kann das nicht vermischen. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Hier ist ja noch ein bisschen Mais drinne. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich das loswerde in Sachen Tiere und so. Wir werden sehen, ne? Also, meine Lieben, habt Dank. Und ich verabschiede mich jetzt hier von diesem schlechten Wetter. Bis dann. Bye, bye. Vielen Dank.